Ja, da kann ein Rollstuhl sein, aber auch wie bei den Winter im Rollstuhl-Motorgen sind, hier sind die Bilder, die sich für heute auch von der Hand zu sehen haben. Ja, da würde die Kontrasten sehen. Das Wasser ist vermutlich der Frostschutz bleibt und da hat es sogar die Umführung gegeben. Das ist noch einmal wieder ein Doppelkmaler reinhauen, dann ist das wieder sauber.